So, so, meine Lieben, da ist er wieder. Und was hat er gemacht? Ich die knackigste Hore aus dem Schrank rausgesucht, die er hat. Ja, schöner kann man es nicht machen. Meine Lieben, es ist wieder so ein Training mit mir und zwar würde ich gerne mit euch einen Voll-Body-Workout machen. Und zwar 30 Minuten, den ganzen Körper. Wir werden von allen Muskelgruppen einfach ein paar Übungen nehmen, zwei, drei Stück, das reicht dann auch. Wir werden also eine halbe Stunde lang den Körper mal auf Hochtun bringen. Braucht man eine Matte? Ich lasse die Matte einfach mal hier, damit ich weitergültig hinstellen muss. Ihr braucht eigentlich nichts dafür, okay? Ihr braucht nur gute Laune, Spaß an Sport und Lust haben, euch sportlich zu betätigen. Die Anne ist mit dabei. Guten Morgen, schön, dass du mit dabei bist. Live mit dabei. Keine Sorge, wenn du jetzt gerade vielleicht ja eigentlich die Live zuschaut, ja? Keine Sorge, ihr könnt, beziehungsweise alle können sich das Video später auf unserer App, AJ's Fitness App, ansehen. Wir werden es auf YouTube hochladen und es mit Sicherheit auch auf Facebook im Nachhinein zu betrachten. So. Wir laufen mal. Die Marion ist mit dabei. Die Claudia ist mit dabei. Macht an dieser Stelle. Liebe Grüße aus München. Liebe Grüße aus dem AJ Fitness. Wir freuen uns auf euch, dass wir bald wieder losgehen. Wir laufen. Bitte weiter. Wir laufen weiter. Die Haare mitnehmen. Und auch da, ich scream da unten nämlich direkt live mit meinen Leuten auch mit. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. So. Der Klaus. Martin und Klaus sind auch mit dabei. Ja, danke schön, dass alle so freizig live mit dabei sind. So. Und jetzt bitte. Machen wir mal Jumping Jacks. Kampelmann hört sich blöd an. Deswegen nehmt ihr die nochmal Jumping Jacks. Sprengt ihr mal ein bisschen mit. Ganz easy, ganz locker. Ja? Und wenn ihr nur so macht, auch okay. Ja? Nur, dass der Kreislauf ein bisschen ins Schwung kommt. Und jetzt Achtung. Jetzt laufen wir mal auf der Stelle. Nehmen die Arme. Boxen. Ganz easy, ganz. Einfach nur nach vorne schlagen. Ich drehe mich mal. Tut mir bitte einen Gefallen. Und dann. Wenn ich mich drehe. Braucht ihr euch nicht drehen. Es dient nur dem, dass ihr von der Seite sehen könnt, was ich denn dann zeigen möchte. Okay? Ihr könnt in dieser Position bleiben. Wenn ich mich also zur Seite drehe, dann nur um euch zu zeigen, wie es von der Seite aussehen sollt. So. So. Sehr schön. Dann starten wir mit Kniebeugen. Das macht man typischerweise so. Die Fersen bitte. Einmal der, äh, der Thomas. Thomas. Thomas, servus. Ja, die, die mich kennen, wissen, ich habe schlechte Augen. So. Also Fersen bitte. Schulterbreit. Fußspitze leicht nach außen. Und dann bitte einmal runtergehen. So tief wie möglich. Die Knie kurz weit drücken. Und wieder hoch. Und. Wie gesagt, Full Body Workout. Wir sind schon mittendrin. Ich werde euch heute mal ein bisschen einheizen. Ich werde das Ganze mal ein bisschen tougher gestalten heute. Das ist auch gleichzeitig meine, äh, Trainingseinheit für heute. Da freue ich mich sehr drüber, dass wir gemeinsam trainieren. Meine Trainingseinheit. Eure Trainingseinheit. Okay, cool. So. Ganz tief runter. Und jetzt das Ganze ein bisschen schneller. Ach, schnell holen Sie aber los. Aber. Bitte darauf achten. Trotzdem mit den Knieren nach außen zeigen. Richtung Fußspitze. Mit dem Po tief runter. Und kontrolliert runter. Und noch. Noch 10 Stück. 10. Das schaffen wir. 9. Eben. 8. Durchziehen. 7. Probiert nochmal durchzuziehen jetzt. 6. 5. Noch 4. 3. 2. 1. Jetzt. Sehr gut. So. Wie gesagt, wir werden immer ein, zwei Übungen machen. Pro Muskelgruppe. Mach einfach so mit, wie ihr Lust habt. Beine als erstes. Dann Rücken. Dann Brust. Dann Bauch. Bitte. Füße vor allem. Wir gehen einen Schritt nach hinten. Komm wieder hoch. Komm wieder hoch. Knie rein. Schritt nach hinten in den Auswärtsschritt. Ich strebe mich mal zu weit. Ihr seid bitte so. Nur damit ihr sehen könnt, was ich mache. Für alle, die es noch intensiver haben wollen. Ihr könnt gerne, bam, einen Jump machen. So. Von unten nach oben starten. Boom. Okay. Ich jetzt nicht. Vier Stück noch. Für alle, die es, bitte weiter machen. Für alle, die es ein bisschen locker haben wollen, geht nur so tief runter. Für alle. Für alle, die es schwer haben wollen. Macht einen Jump. Einen noch. Puh. Sehr schön. Andere Seite. Rechts. 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 Rechts vorne lassen. Link dahinten. Runter gehen. Hoch. Knie rein. Wie gesagt, für alle, die es leichter haben wollen, geht nicht so tief runter. Für alle, die es nochmal tougher haben wollen. Von hier unten. Bam. Jump nach oben. Auf. Fünf. Pum. 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 Okay. Komm. Vier Stück noch. Vier. Drei. 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 Einen noch. Boom. Beide lockern. Achtung. Letzte Beine. Beine runter gehen noch. Einmal runter gehen noch. Wenn ich jetzt sage. Bam. Hoch springe. Runter. Jetzt. Bam. Runter. Jetzt. 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 Boah. Komm. Fünf. Machen wir noch. Okay. Auf meine Klappen runter. Also go. Noch. Fünf. Machen wir noch. Noch vier. Machen noch. Drei noch. Hier ganzen zwei. Ha. Oh. Ein noch. Oha. Oha. Das nennen wir auch ohne Bodywunker. Einfach mal durchatmen. Dann gehen wir runter. Schwer. Schwere Hütung nehmen wir heute. Dazu bitte. Einmal auf den Rücken legen. So. Die Pferde auf den Boden fressen. Die Hände neben dem Körper auf den Boden fressen. Am besten Handkante. Und jetzt Achtung. Das ist schwer. Schau mal bitte. Erst Ellbogen absetzen. Wurst raus. Und dann noch Luftball. Ein bisschen weiter hochzukommen. Okay. Ich probiere es mal. Erst Oberkörper. Und dann einmal ganz schütteln. Nochmal. Erst auf den Ellenbogen Oberkörper. Und dann wieder runter. Okay. Das Ganze. Zehnmal. In Position. Hoch. Drücken. Achtung. Achtung. Wunder. Hoch. Drücken. Achtung. Wunder. Hoch. Drücken. Hoch. Sehr schön. Am besten den Kinn. Richtig nicht zur Fuß. Hoch. 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 Ich komme. F vag. T�schläge. Jötz. Drская. Zwei Strecke. Huh. Oh mein Gott. Einmal noch. Lip Hose, sagt der Franzose. Cool, cool, cool. Einmal wieder in den Tiefen. Einmal haben auch die Knie viel Füßlerstand. Dann lehnt ihr euch mal zurück. Die Spitzen am besten lang machen. Und dann mal so weit nach vorne gehen. Bis ich zu kurz vorm Kippen bin. Einmal kurz halten. So halten. Jetzt eine kleine reaktive Bewegung machen. Müsst ihr hier und da spüren. Jetzt macht euch das ein bisschen schwieriger. Ein Bein rausstrecken. Ein Bein seitlich wegstrecken. So. So. Und gleich nochmal. Po weiter hinten. Und da. Jetzt spürt ihr das Ding da wieder zu schwer. Kann gerne wieder so machen. Alle anderen bleiben da. Schwer oder? Ja. Come on. Wir ziehen das durch. Durch. Ja. Sind ihr nur noch falsch genug? Nein. Zwei noch. Auf. Boah. Unterrücken. Po. So. Andere Seiten. Wieder. Fischlicher Stand. Fährst du zum Kopf. Hieb runter. Und wieder mitten. Leicht mitten. Wie gesagt. Macht bitte weiter. Wer möchte, kann es von Anfang an so schwer machen. Alle anderen bleiben bei dieser Bewegung. Also eine kleine repetitive Bewegung. Und jetzt. Bein rausstrecken gerne. Ha. Boah. Ja. Beine. Das ist tough. Wenn das nicht so anstrengend ist. Ändert das mal. Bisschen von der Bewegung her. Vielleicht bisschen tiefer. Dein Muschum schwer sein. Bein richtig zeitlich. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Boah. Zwei. 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 Und das hängt mal vor vor. Eine Rückübung machen. Dann gehen wir runter. Runden nach runter. Auf die Brust. Also, in Position. Das bedeutet, Oberkörper parallel zum Boden. Dann bitte die Arme mal so. Einmal rechts, einmal links. Nach vorne machen. So. Meine Güte. Das ist ein Anstrengender. Auf den unteren Rücken, oder? Yeah. Aber ihr macht das sehr gut. Sehr gut. Ich bin auf jeden einzelnen Stolz, der gerade vorm Rechner sitzt und hier die Übung mitmacht. Dankeschön dafür. Die Geräusche braucht ihr nicht zu machen. Wir werden nicht nachmachen. Zwei noch. Einmal. Boah, Junge, Junge. Okay. Kommen wir mal zu allen Disco-Rolli-Bildern. Zwei noch Zeit. Kommt wieder. Deswegen eine ganz klassische Übung. Und zwar Brust, Bankrücken, Push-Ups. Wie auch immer. Einmal runter in Position. Jetzt machen wir bitte. Die schwere, äh, die leichte Version wäre Knie auf dem Boden. Weg gerade. Weg kippen. Wichtig dabei bei allen Liegestütten ist, Schultern runter. Runter. Weg vom Ohr. Also einfach wäre auf den Knie. Schwer wäre so. Und für alle, die es mega schwer haben, Freunde, sagen wir mal, hey, Freibadzeit kommt. Urlaubzeit kommt bald. Damit ihr immer Gas geben. Ihr geht wieder runter. Einmal die Hände vom Boden lösen. Bam. Und einmal hoch springen. Aber vielleicht ein bisschen zu hoch. So. So. Also einfach wäre so. Schwer wäre so. Ganz schwer ist... Okay. Jetzt. Zehn Sekunden. Alle. Action. Jetzt. Alles. Gleich rein. Und dann. Vielleicht, einige andere�te Unterlicht. Und zwar dann. Einmal durch Du kommst. Dann, wir kommen durch. Vielleicht drei Gracias, andere Knie. Und dann, wir kommen aus�면 by Partner Au souvent. 15 Sekunden Okay Lass die beiden ihr Kraft holen und in die Position Lüste Action Komm Komm Andererseits suche ich mir die Übungen ja auch aus 5 Sekunden noch Davon kommen noch 2 Durchgege Versuch die durchzuziehen Okay In Position Und jetzt Acht 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 Einen nur Acht Acht Einsat Acht Ich möchte in mein Bikini reinpassen Acht 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 Und dann Maximale Wiederholung Einsat Einsat In Position Und Acht Maximale Hier Hier Zwei Zwei Mein Gott Acht Sehr schön Zwei 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 irty Zwei 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 D BIG Zwei 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 die ich ein bisschen leichter haben wollen, auf die Knie, alle anderen Bitter auf die Küche. Und dann werden wir, ich sag das mal so, einfach mal eine Hand lösen, wieder in die Nierstückposition. Da kann man leicht anlegen, eine Hand lösen, ähnlich ist es, ok? Ich drehe das ganz normal. Mir ist aufgefallen, mein Bauch ist da ganz schlimm. Richtig. Einmal in die Position. Und jetzt Achtung. Fünf, zehn Sekunden. Und acht. Gerne ein bisschen hin und her machen. Die Arme leicht anwinkeln. Und Power. In Position. Fünf, zehn Sekunden. Et. Ja. Zieht das durch. Wie sagen die Kollegen immer. Fühle den Schmerz. Fühle den Schmerz abher. Die letzten Fünf. Fünf. Ja. Ja. Beide wichtig genug. Wuh. Ich wollte mich für Äpfel, dann habt ihr die Uhr angehalten. Na, das macht Spaß. Euch solltet ihr auch Spaß machen. Re-position. Come on. Fünfzehn Sekunden. Action. Hup. 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 Und. Hup. 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 Letzter Satz. Letzter Satz. Come on. Hau die Hau. Hau die Hau. Ich schaff das. Bam. Runter. Und bei den Schmerz nach 18 Sekunden sind sie zurückgezieht. In Position. Und. Action. Alles anspannen. Alles anspannen. Okay. Roll weiter. Oh, mein Gott. So. Wir gehen einmal runter. Oh. Wieder einmal eine gute Frage. In die Embry-Nahe stecken. Nein, was ist das? Wir können doch einmal die Beine gestecken. Die Arme gestecken. Die Abnahnbitte. Einmal runter. Und die Abnahnbitte. Und die Abnahnbitte. Und die Abnahnbitte. Ja, heterokonal. Einmal hochkopf. Oh. Oh. Versucht mal, im Oberkörper auch hochzukommen. So hoch wie möglich. Und nur noch mit dem Boden auf dem Boden. Okay? Und nehmt bitte euer Kinn zur Brust. Hoch einmal der Hand. Und, das sollten wir abwenden Unterschiede lieizen. Und so hoch ist es ist, dass wenn die Abnahnbitte diagnostic Wherever nicht registrieren wie man die Bewegung nimmt und bringen das 7 3 2 1 2 ab jetzt Hände in der Box gemütlich Beine hoch Ausgegangen Position Einmal ein Kick nach oben 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 5 Es tut gut 4 3 2 1 Ja In dem Moment tut es natürlich nicht gut Aber nach dem Training Dafür wird man nicht einmal besser Nein, nicht So So Jetzt ab bitte Einmal Die Beine an den Kopf Dann legen wir die Daumen zu den Schlägen Fingerspitze hinter am Kopf Und 2 2 Hochformen Wir können eigentlich die Übung nicht machen Und wir stecken Und come on Das ganze 5 Sekunden 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 15 15 15 15 16 16 Linke Hand, rechter Fuß, BAM, Fuß halten, zurück, rechte Hand, linker Fuß, BAM, okay, um, und immer mit den Knien kurz vorm Boden, BOOM, sehr gut. 1, 2, 1, 6 noch, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, Oh! Ihr Lieben! Jetzt kommen wir mal wieder runter, oder? Jetzt kommen wir wieder runter. Ich fühle mich gerne. Die Brustkontäne, die du hast, ich spüre ich hier gerade. Die ist ziemlich aufgewunken. Einmal bitte den Vierfüßlerstand. Wie den rechten Arm. Den rechten Arm bitte zur Seite. Und legt euch gleich. Legt euch einfach mal hin. Mit dem Oberkörper. So, dass ihr die Dehnung spürt. So weit raus bringen, wie möglich. Wo kommt? Andere Seite. Und wir sehen die Dehnung rausholen. Äh, den Druck rausholen. Einmal schräg nach oben. Und das Gleiche. Andere Seite schräg nach oben. Kopf ablegen, runter. Langsam hochkommen. Einmal gerade entsetzen. Atmen wir mal. Von mir zu euch. Atmen wir mal tief durch die Nase ein. Durch den Mund aus. So, gerne einfach in dieser Position noch ein paar Minuten sitzen bleiben. Auch wenn wir gleich uns abschalten. Mein Lieben. Um 18 Uhr gibt es eine Überraschung vom LTA. Und zwar gibt es um 18 Uhr. Der Robert. Ihr wisst, das macht mega Spaß. Mega Spaß macht er gerne mit. Und seine Hose ist eine Überraschung. Welche Farbe es heute sein wird. Seid gespannt. Morgen um gibt es. Das Zeit kann er nicht wegschneiden. Morgen um 9.30 Uhr gibt es Bodystyling mit der bezauberten Welt. Ich weiß, hier hat so eine riesen Fan-Gruppe, Fan-Community. Ja, Fan-Community. Ich bin auch einer von euch. Ich schau mir das sehr gerne bei der Welt an. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dann bei der LTA um 18 Uhr Euro mitmacht. Morgen um 9.30 Uhr bei der Welt gleich mitmacht. Ansonsten schaut euch die Aufzeichnung an. Macht da gerne mit. Ich möchte euch von ganzem Herzen nur für das Wichtigste bedanken, was ihr einem Menschen geben könnt. Eure Aufmerksamkeit und die Zeit. Vielen lieben Dank. Tschüss.